Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Ja, ich hänge gerade mal meinen Schrank auf. In dem Schrank kommen jetzt mal die Ausrüstungen rein hier. So. Einmal diese Sachen. Oh, die eine Hose, die ich zu viel gemacht habe. Ähm, ja, die Waffe wollte ich behalten. Und den Dagger wollte ich auch behalten. Der Rest ist nämlich zum Verkaufen. So, das ist nämlich meine, sozusagen meine Behalte-Kiste. Meine alte Behalte-Kiste. Und jetzt kommt hier das ganze Zeugs wieder rein. Zack, 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 zack. Ach, so viel. Ja. Der Rest kann ich beim Händler verkaufen, wenn ich einen finde. So, jetzt machen wir die Mission. Ich brauche unbedingt das Power-Upgrade. Ähm, Weapon-Testing-Site. Deploy. Yeah, baby. Weapon-Testing-Site. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. So, soviel dazu. Boah. Einmal mehr Schaden hier gekriegt vom... Mann, der hält aber gut was aus, der Junge. Autsch. Aua, das tut weh. Mann, das tat so vorher nicht so weh. Ich muss schneller schießen, schneller. Lödes Handy, geh mir nicht auf den Sack. Jetzt hat er mich. Einmal gekriegt. Zack, kaputt. Blader-Pingle-In. Heat-Protection-Implant. Jawohl. Hitze-Protektions-Nano-Suit. So, jetzt können wir uns endlich mal auf die Suche nach wichtigen Sachen machen. Hallo, lass mich hier rein. Ach, ich bin schon drin. So, Buch lesen. Yay. Back to the ship. Man. So. Ich würde nicht mit der Sense rumlaufen. Sehe ich nur aus wie der Sensen-Mann. So, hier ist keine Quest. Das heißt, wir müssen erst das Cool Jacket finden. Ich hab's befürchtet. Ehrlich zu sein. Das heißt, ähm, zum Schiff. Jetzt bin ich ja immer noch um den Eisplaneten. Das ist richtig. So, dann geh ich doch mal runter auf den Eisplaneten. Geh mal um den Eisplaneten drumherum. Das hab ich ja noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mir hier mal die Stelle markieren. Äh, so. Ich hab jetzt nicht meine coolen Markierungssteine bei. Yay, Eisblock. Ey, Piraten. Wer hätte es erraten? Hier sind Piraten. So. Wie mach ich das am besten? Ich denk mal, ich mach den normalen Hüpferli. Hallo. Ene mene Miste. Was habt ihr in der Kiste? Ich räume es jetzt mal aus. Und dann geh ich nach Haus. So. Was haben wir denn da? Ihr Vögel, ihr. Ich mach die Tür auf. Mach die Scheiß-Tür auf, Mann. Ach, hier ist so nur Mist drin. Was seid ihr denn für Piraten? Lausige Piraten. Aber ich weiß, dass ich die Karte hinterher brauche. Kann hier irgendeiner handeln? Hat hier irgendwann was? Willst du was verkaufen? Nee. Will dir keiner was verkaufen? Dann nehm ich das mit. Kein Händler hier. Hier, mal gucken, ob ihr abstürzt. Ihr Piraten. Piratendemontage. Ja, ich werde euer Schiff zerstören. Ihr habt keine Chance. Gegen meinen Super-Staubsauger. Ja, komm. Über Bord mit dir. Tschüss. Es regnet Schiffsteile. Du möchtest auch nach unten? Tschüss. Ah, schade. Er hat es gerade so gemerkt. Was für ein Glücklicher. Merkst du das auch? Tschüss. So. Ich brauche ein bisschen Holz, deswegen jetzt gerade mal hier. So kriegt man am schnellsten Holz, also. Besser als Bäume zu fällen. Ist auch ökologischer. Ich schone hier die Umwelt, indem ich zwei gute Dinge tue. Erstens nicht Bäume fällen, zweitens Piraten auseinandernehmen. Pirat sein lohnt sich eh nicht. Ja. Na, kommen wir mal jetzt hier zum Captain Jack. So, Karte nehme ich mit. Schlaf noch in deinem Bettchen, trinke aus deinem Tässchen. Guck mal, Captain. Dein Raum ist größer geworden. Ist das nicht toll? Hast du ein Glück, so einen großen Raum zu haben? So. Jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen was loswerden. Damit ich hier wieder was einsammeln kann. Damit ich hier wieder was loswerden kann. Um hier wieder was einzusammeln. Tschüss. So. Möchtest du folgen? Deinem Captain? Tschüss. So. Das war der. Hey. So. Gleich ist das Piratenschiff leer. Piraten. Dann lege ich mich nochmal eine Runde hin. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal, dass ich wieder runterkomme irgendwie. Ich gehe aber um meine Treppe. Ich gehe nicht hier, ich mache hier nicht den Harakiri und springe runter. Okay. so. Ach, guck mal, da steht er wieder. So was. Vielen Dank für die Wood Planks. Vielen Dank. Wie lieb von euch. Hallo Captain. Ach, guck mal, Geld fällt sogar vom Himmel. Ist das nicht schön? Einmal hier rein strahlen, ob irgendwas zu sehen ist. Oh, ist der Hase. Es kommt jetzt gar nicht mehr so viel auf die Waffe an, dadurch, dass die Waffen relativ wenig Spanne an DPS haben. Es kommt jetzt auch viel mehr auf die auf die ähm Oh, sag doch mal. Ausrüstung an. Weil die gibt dir das Plus an Kampfbonus. Das heißt, man kann sich eigentlich die Waffen aussuchen, mit denen man gerne schießt. Gehen wir nicht auf blöder Osterhase, Mann! Man muss jetzt nicht dauernd die Waffe wechseln, wenn man was Neues findet. Jede Menge Kohle hier. Aber wieder an die Oberfläche hier. Untergrund war ich lange genug auf diesem Planeten. Ich hab ja auch meine Mine hier. Äh! Gehst du wohl? Blöder Vogel! So! Ich muss mal wieder Fackeln machen, bevor die mir ausgehen. Was fehlt denn? Kohle? Ach, hätte ich gerade mitnehmen sollen, was? Na, da kommt gleich bestimmt noch was. Einfach ignorieren! Einfach ignorieren! Mann, geht das tief ab. Krass. So. Blödes Vieh. Jetzt brauche ich aber wirklich ein paar Wackeln. No, das reicht ja schon fast wieder. Die meiste Zeit bin ich ja sowieso mit meinem eigenen Licht hier beschäftigt. So, das kann ich nicht mitnehmen, weil... darum... Ähm, dann stelle ich doch mal eine Blume hin. So. Hey! Scheiße, die machen ja voll den krassen Damage, Mann. Boah, ich wollte schon sagen, komm ich nicht hoch. So, Leute! Okay, das funktioniert. Jetzt nur noch in die andere Richtung. Los geht's. Oh, fuck. Oh. Was ist das denn für ein Boss-Vogel hier? Das ist tatsächlich so ein Boss-Vogel hier. Alter! Geht's noch? Boom! Schnell mal wieder ein paar Medis nehmen, ist ja... Crazy Shit hier! Diese Landschaftsform ist mir auch noch nicht untergekommen. Autsch! Also ein bisschen vorausschauend. Was hinter mir passiert, sollte mir eigentlich egal sein, weil da bin ich ja schon lang gelaufen. Sollte ich ja kennen. Oh, cool. Hör mal, Leute, ihr seid doch hier Händler, oder? Ja, da winkt schon einer. Ja! Plus 200 Prozent. Chainmail. Was hat der? 225. Boah, das Handy geht mir heute auf den Sack. Das ist ein bisschen schwächer als meins. Aber jetzt auch nicht so viel, ne? Das ist schon relativ. Das ist ja auch Rubium, okay. Vielleicht muss ich das kaufen, um dann ein Rezept zu kriegen, um etwas besseres draus zu machen. Das ist das Kopfteil dazu. Hm. Ja, das ist auch ein Kopfteil. Aber das ist eher ein schwaches Kopfteil. So. Verkaufen. Genau, das wollte ich nämlich hier. Die ganzen Avianer-Bett, das behalte ich vielleicht mal. Ähm. Da kommen hier Blumen. Kisten. Schachfiguren. Ketten. Oh, ne, die sind nix wert. Warum sind die nix wert? Dich, ich hab' late. Aber die hier sind was wert. Der ist auch nix wert. Ach komm, egal. Küsse geschenkt. Küsse auch geschenkt hier. Zusätzliches. Oben drauf. So, der hat ein paar Waffen. Hauen mich aber jetzt nicht vorm Hocker. Mich interessiert jetzt echt, ob ich das... Ach komm, ich sammle das einfach. 150 Prozent. Ein bisschen schwach. Learn to craft. Raven's Priest. Ah. Ich hab's doch fast... gewusst. Dann kaufen wir auch noch das Flamingo-Hat-Ding. Jetzt brauchen wir nur noch das Flamingo... Die Flamingo-Füße, aber die krieg' ich hier nicht. Ja, schön. Wieder was gelernt. Man sollte sich also auch die Sachen kaufen... bei den einzelnen Rassen. Und dann kriegt man... Hier ist es wieder... Ach, hier ist es doch. Sehr gut. Scheiße. Muss ich wieder deaktivieren. Hier geht's wieder heiß her. Willkommen im Knast. Du sparst. Das ist ne Tür. Schieß doch. Mann. Mann. Okay. wahrscheinlich ist das ding wieder irgendwo auf dem dach ich hoffe diesmal ist es irgendwo auf dem dach boom dann halt nicht soll mir doch egal sein die haben mich gesehen meine güte blöd den typ zu treffen so gibt es doch nicht auf ins nächste i will get you one day one day is not today schneller 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 ich brauche schnellere mit mit woe 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 ihr habt wohl keine schusswaffen ihr seid nur die bedienten hier die minderwertigen er hat eine waffe und er weiß wie man sie benutzt jetzt habe ich eine waffe was für ein dangerous one handed 28 krass und der ist nur grün hammer so kann man da rüber gucken nö passiert nichts oh boom du kannst du kannst dein pipistrahl ruhig nach da unten machen alter alter noch ein vogel sterben hier drecks viech mein jüte okay jetzt ist nur noch der der hat eine gute rüstung gegen messerchen schießt doch endlich man so noch einer hier irgendwer ja 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 Sehr gut. Hat der Dino den erstmal gefressen? Wow. Wieder ein Messer. Oh. Erze. Ich mache keine Scherze, da drinnen waren Erze. Tja, wer halt zu schnell ist, stirbt halt zuerst. Boah! Alter! Krasser. Penner. In mein Gesicht. Sechs Stück. Mad Kids hier. Vielleicht sollte ich echt mal die Mad Kids in die Hand nehmen. Wow. So, ihr könnt da mitspielen. Boah! Boah! Mist, da komm ich nicht hoch. Hauptsache ich komm hier wieder hoch. Oh. Ja, bleib da stehen. Ist okay. Blödi. Hey. Hey. Das war fies. Boah! 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 Mann, Mann, Mann. Schlafen die da alle? Mal ein bisschen Ping-Pong. Oh, Mist. Nein! Oh, sie haben es geschafft. Verdammt. So was. Geh ich jetzt mal in die andere Richtung? Das können wir noch... Ne, das kann ich nicht mehr lernen. Das habe ich schon. Tod im Knast. Mann, so viel Action in dieser Folge. Diese Folge ist die Action-Folge. Und eigentlich sind wir schon ein bisschen über die Zeit. Ah, ein paar Minuten kann ich noch. Gucken, ob ich meine Ressourcen noch wieder kriege. Autsch. Autsch. In die andere Richtung war irgendwie einfacher. Meine Güte. Boah, liegt die Kohle. Hallo, Vögelchen. Mach deinen Pippi bitte woanders. Au. Komm schon gleich tot da an. Ne, da springe ich jetzt nicht hoch. Dann machen wir das jetzt mal hier so. Schon wieder ein Eissturm. Was ist denn das da für ein Pogo-Puschel? Hashtag Pogo-Puschel. Wer kennt noch das Pogo-Puschel? Das würde mich mal interessieren. Mann, dann fall doch auseinander, du Sand. Ey. Ja, okay. Hat's wörtlich genommen. Ich hab's verstanden. Boah. Die Waffe hätte ich gerne auch. Bitte. Danke. 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 Mann, Mann, Mann. Lass mich in Ruhe. Ja, so. Ich glaub nicht, dass ich das noch schaffen werde, diese Folge. Denn ich muss jetzt so langsam mal die Folge beenden. Ja, das heißt, wir gucken in der nächsten Folge mal, ob ich mein Zeug wiederkriege oder nicht. Hm. Wahrscheinlich nicht. Schade. Aber ich werde diesen doofen Knast auseinandernehmen. Ich wenigstens noch in die Nähe kommen würde. Oh, das ist schon mal gut. Das nehm ich mit. Kiste lasse ich jetzt mal da. Noch ne Kiste. Keine Zeit für dich. Jun. Boah. 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 Geh mir nisch auf den Nüsse. Ich glaub andersrum wär doch schneller gewesen. Ist ja ätzend hier. Ich dachte, das wär der kürzere Weg. Jetzt bin ich ja schon so weit links gelaufen, äh rechts, links gelaufen vorhin, dass ich jetzt dachte, wenn ich jetzt ein Stück rechts laufe, bin ich da. Ah. Da sind wir. So ihr Spackos. Schieß doch mal. So. So. Schneller, schneller weg. Ah, Mensch. Mal gucken, was für ne Waffe das war. One Handed, 16. Naja. Naja. Hier ist auch nix drauf. Eine Wache. Nicht mit dem Schwert schlagen. Mensch. Ich glaub, ich sollte mal die, ähm, das Dings austauschen hier. So. So. Boah, geht mir doch nicht auf die Nüsse. It's not over. Ich glaub, es ist wohl sehr over. Mann, stirb doch. Sausack. So. Was hat der fallen gelassen? Stuhl. Er hatte Stuhl gegangen. Er ist mit dem Stuhl gegangen. Da heißt er. Der Generator. So. Tschüss. Generator ist aus. Welcome to the Arena. Mann, Mann. Boah, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Jetzt ist es aber gut hier. Mensch. Oh, scheiße. Das hat nicht funktioniert. Da ist mein Zeug wieder. Ihr Affen. So. Da ist die Strafe. Hähnchen nimmt mir auch noch mit. Oh. Schießt doch mal. Oh, ich hab schon zehnmal auf die Maus gedrückt. Falls das Ding mal schießt. Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt ja immer noch. Der stirbt. Mann. Ja, so. Jetzt haben wir unser Zeug wieder. Und wir haben auch den, ähm, endlich den scheiß Generator gefunden hier. Ich hab zwar noch keinen coolen Jacket, aber ich hab wenigstens schon mal die ganzen anderen Kladdütsch. Jetzt können die noch ein Scheißhaus mitnehmen. Oh. Wow. Auf die Nüsse, oder? Geht's ja nicht. Mach ich das lieber anders. Na, er ist zu weit. Aber da kann ich dran. Dä, 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 dä. So. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Ha. Cool. Ninja Turtle. Dä, 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 dä. Autsch. Das tat weh. So. Schild mit. Und tschüss. Upp. Ja. Wenn's euch gefallen hat, dann, äh, ja. Lasst mir einen Kommentar da. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Starbound. Ja. Ich guck noch mal kurz auf die Oberfläche. Daumen hoch könnt ihr auch machen, oder beides. Gut, da haben wir es nicht. Vielleicht hier. Ravens. Ja. Können wir hier aufwerten, der Helm. Dann hat der... Muss ich das mal vergleichen mit meinem Helm. So. Raven, Raven, Raven. Gleich, 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 gleich. Ja, es ist alles gleich. Egal. Ravens Priest. Auch die gleichen Werte. Ach, ist ja langweilig. Sieht halt nur anders aus. Hm. Na gut. Dann ziehen wir noch mal Miete ein. Gib mir die Miete. Bandagen, ey. Super. Freu ich mich ja richtig. Ähm, ja. Dann würd ich sagen... Ähm... Bis zum nächsten Mal. Wünsch euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.